Oh, Gott, oh 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 Gott, Hilfe, Hilfe, ich weiß nicht mehr, wie es geht, oh, hilft mir denn, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na, 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 wer ist denn hier so aufgeregt? Hallo, was ist denn los? Oh, ich weiß nichts mehr über Daten und Zufall, ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß nicht, relativ, om absolute Häufigkeit für Felder Tafel, ich habe keinen Plan. Aha, na, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ich bin ein Chemiker und kein Mathematiker. Auf Wiedersehen. Was mache ich denn jetzt? Hallo, kann mir da jemand weiterhelfen? Ja, was gibt es denn? Ich weiß nichts über relative und absolute Häufigkeiten. Das gibt es ja gar nicht. Da ruf mal den Herrn Peter, der kann das. Ruf mal mit. Herr Peter, Herr Peter, sind Sie hier irgendwo? Wo sind Sie denn? Ja, Herr Peter, wo sind Sie denn? Ja, hallo, ich habe meinen Namen gehört. Ja, da, der hat ein Problem mit vier Felder-Tafeln und relativ absolute Häufigkeit. Das ist einer, der kann gar nichts. Ja, ich kann es nicht. Ich kapiere es nicht. Echt? Kapiert er nicht? Na, hopp, macht mal Platz da. Okay, das ist ganz einfach. Also, machen wir mal ein Beispiel. Also, kommen wir mal. Es gibt ja so ein Kapitel, Daten und Zufall. Habt ihr bestimmt schon kennengelernt in der Schule. Und da geht es um relative und absolute Häufigkeiten. Ja, was man wissen muss ist, die relative Häufigkeit, das ist schon mal wichtig. Also, die schreiben wir mal hin. Die relative Häufigkeit ist immer die absolute Häufigkeit dividiert durch die Anzahl der Ergebnisse. Super, oder? Also, die relative Häufigkeit ist immer die absolute Häufigkeit durch die Anzahl der Ergebnisse. Mehr ist es eigentlich nicht. Ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Ja, aber, 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 was weiß ich denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Was soll denn das sein? Ich habe keinen Plan. Also, ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, da hat jemand er hat 150 mal gewürfelt mit einem Würfel. Okay? Ja, das ist okay. Ja, okay, er hat 150 mal mit einem Würfel gewürfelt. So. Und jetzt hat er gezählt, hat er Strichliste gemacht, also 150 mal, hat sich die Augenzahlen notiert. Könnten wir mit Strichliste machen. Ist das soweit klar? Ja, ja, okay, Strichliste 150 mal gewürfelt und halt einfach notiert, welche Augenzahlen rauskommen. Genau. So. Jetzt kann es sein, davon hat er 38 mal die 4. gewürfelt. Fassen wir zusammen. Da hat jemand 150 mal mit einem Würfel gewürfelt und davon 38 mal die 4. Ist das soweit klar? Ja, 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 ja. Okay. So, und jetzt kann man hier die relative Häufigkeit ermitzen. Und das ist immer die absolute Häufigkeit durch die Anzahl der Ergebnisse. Also, absolute Häufigkeit ist einfach jetzt hier, wie oft dieses Ereignis oder dass diese Zahl 4 gewürfelt wurde, eingetreten ist. Die 4 wurde ja 38 mal gewürfelt und es gab insgesamt 150 Würfe. Also ist die relative Häufigkeit nichts anderes wie 38 man könnte es auch so schreiben von 150. Also 38 von 150 Würfen waren die 4. Und das Wort von habt ihr ja schon mal irgendwann auch kennengelernt und zwar im Bereich Brüche. Wenn es ums Vergleichen von Anteilen geht hat man festgestellt zum Beispiel 3 von 5 oder 7 von 8 oder Torschützen Weltmeisterschaft hat einer 3 von 12 Treffern versenkt, Stüssen versenkt. Also hat er dem konnte man das damals als Bruch darstellen als Anteil. Also sind das jetzt statt 38 von 150 schreibe ich einfach 38 150 Zächschen. Das heißt die relative Häufigkeit für den Fall dass die 4 gewürfelt wurde beträgt 38 150 Gut, wenn man jetzt natürlich schönere Brüche hat kann man da ohne Probleme das auch ausrechnen. Hier jetzt könnte man das auch anders lösen. Wenn man jetzt zu faul ist und einen Taschenrechner hat, den ich leider vergessen habe noch herzuholen also muss ich noch suchen. Also hier gleich wieder Hinweis natürlich da Dauerwerbesendung jetzt versteckte Produktplatzierung. Weiß ich also jetzt, ich habe 38 von 150 also der Bruchstrich Bruchstrich könnte man als geteilt eingeben also gebe ich ein 38 geteilt durch 150 So, Taschenrechner spuckt man sogar noch was anders aus schreibt den mir jetzt hin 19,75 Also wenn man so relative Häufigkeiten dann als Bruch darstellt gewöhnt man sich an das immer so weit wie möglich zu kürzen das ist schon mal das erste So, das wäre 19,75 Ja Das könnte man auch anders darstellen und man hat ja irgendwann mal kennengelernt das gibt es auch als Dezimalbruch Schreibweise und wenn ich es als Dezimalbruch schreibe wäre das jetzt 0,25 und Periode 3 oder ausgeschrieben 0,25 und dann ganz ganz viele Dreier Also das wäre jetzt 0,25 Periode 3 und falls man sowas mal auf zwei Nachkommastellen runden sollte wäre das jetzt gerundet 0,25 weil die letzte Ziffer ja die 3 ist und bei 3 heißt es abrunden Also wäre das jetzt auf zwei Nachkommastellen gerundet 0,25 Ein Dezimalbruch könnte man mit zwei Nachkommastellen auch als Hundertstel schreiben Also wir haben jetzt hier statt 0,25 könnten wir auch schreiben 25 Hundertstel und damit hätten wir jetzt 25% Das ist immer so also man kann diese relativen Häufigkeiten entweder als Prozent angeben oder als Bruch Ja Aber jetzt wenn es darum geht das als Prozent anzugeben hätte man da auch ganz normal Prozentrechnung machen können mit 3 Satz Wäre das gegangen Ja das wäre auch gegangen Man hätte natürlich jetzt auch wenn es darum geht wie viel Prozent der Würfel R4er waren hätte man auch den 3 Satz nehmen können Hätte man sich halt überlegen müssen Gut Das Ganze waren die 150 Würfel Das entspricht 100% So Und was mich interessiert ist natürlich jetzt wie viel Prozent sind die 38 Und da habt ihr mal vielleicht den 3 Satz kennengelernt Um jetzt hier herauszufinden wie viel die 38 sind Müssten wir jetzt erstmal ausrechnen was wäre 1 und was wäre 38 Also der 3 Satz hat ja immer den 1er Also ich müsste hier durch 150 rechnen und dann mal 38 Ja Dann wüsste ich wie viel Prozent das sind Und anstatt dass ich natürlich durch 150 mal 38 rechne könnte ich auch als erstes das müsste man hier auf der Seite auch machen Also ich müsste hier 150 100 durch 150 dividieren und das mal 38 nehmen Könnte man auch sagen ich mache es an ich rechne als erstes 100 mal 38 durch 150 Das heißt bei so Prozentrechnung wenn man den 3 Satz nimmt kann man sich angewöhnen man geht mit mal nimmt über Kreuz mal und dividiert dann hier durch diesen Wert und wenn es jetzt also nur darum geht wie viel Prozent der Würfel die 4er waren könnte man auch den 3 Satz rechnen Das heißt ich nehme meinen Taschenrechner und gebe das mal so ein 38 mal 100 geteilt durch 150 und da stelle ich natürlich fest lande ich jetzt bei 25,333 das wäre natürlich jetzt auf ganzige Prozent gerundet wieder 25% und natürlich exakt wären das jetzt 25,33% falls man immer auf 2 Nachkommastellen runden müsste also das wären 25,33% ja und somit könnte man relative Häufigkeiten ermitteln also relative Häufigkeit ist immer die Anzahl wie oft das Eignis eingetroffen ist durch die Gesamtzahl der Ergebnisse ist das soweit klar ja das ist ja das ist ja einfach ist das ja sowas einfach toll danke aber könnte man da nicht auch jetzt zum Beispiel ausrechnen wenn man jetzt weiß es gab so und so viele Ergebnisse und man kennt die relative Häufigkeit könnte man dann nicht auch die absolute Häufigkeit rausfinden ja das geht natürlich auch ja wie geht denn das erklären mal erklären sie es mal okay also du willst jetzt wissen wie man auf die absolute Häufigkeit kommt gut ich schreibe das mal hin so auch da natürlich könnte man sich einen Tritt machen also nehmen wir mal an da hat jetzt einer auch wieder gewürfelt äh und zwar haben wir also jetzt haben wir den Fall wir haben den Fall A also das ist das Beispiel 1 wir haben einen 50 Fall war jetzt hier die A so jetzt nehmen wir halt B machen wir halt einmal 36% sehr unwahrscheinlich also das ist kann man nicht sein also wenn über 50% könnte natürlich mal passiert sein beim Würfel das ist ja sehr sehr unwahrscheinlich weil die Wahrscheinlichkeit dass ja eine Note eine Zahl gewürfelt wird die ist ja ein Sechstel immer bei 6 Würfen also es sind grundsätzlich 6 Zahlen auf dem Würfel also wäre eigentlich die Wahrscheinlichkeit dass die 4 gewürfelt wird ein Sechstel also ein Sechstel übrigens wenn ich das ausrechne wäre 16-17% also das sind wir schon mehr als was eigentlich zu erwarten wäre 36% ist ja fast utopisch also niemand hat aber eine gewürfelt aus irgendwas 36% war die Zweier also 26% hat er festgestellt waren Zweier und die Frage ist natürlich jetzt wie viele Zweier waren da jetzt dabei bei 150 Mal Würfeln ja könnte man sich natürlich auch überlegen mit dem Dreisatz arbeiten was weiß ich ich weiß 36% wollen wir rausfinden also das wollen wir wissen und wir wissen ja immer noch dass die 100% diese 150 sind also könnte man wieder diesen Dreisatz anwenden wir rechnen wieder hier jetzt erstmal überkreuz Mal und dann geteilt also wir rechnen 36 mal 150 geteilt durch 100 also wenn wir das rechnen 36 mal 150 geteilt durch 100 dann käme ich auf 54 also hätten wir 54 mal den Fall dass es 54 sind also könnte man sagen es wurden das ist ja sehr fast unwahrscheinlich also es wurde 54 mal die 2 gewürfelt gut man kann es allerdings auch kürzer machen in dem Fall was ist denn da überhaupt gesucht ich weiß ja dass ich rechne ja 36% mal 150 geteilt durch 100 ich könnte auch anders rechnen ich könnte auch rechnen 36 geteilt durch 100 mal 150 ja und wenn ich 36 durch 100 rechne komme ich aber zu 0,36 und wenn ich jetzt 0,36 mal die Anzahl nehme komme ich auch auf die 54 und das wäre eigentlich das elegantere wenn ihr mal rausfinden sollt was die absolute Häufigkeit ist ihr macht folgendes ihr macht aus dem Prozent einfach den Dezimalbruch 36% ist nichts anderes wie 36 Hundertstel also 0,36 und das müsst ihr einfach mal der Gesamtzahl rechnen und damit kommt man immer auf die absolute Häufigkeit das heißt die absolute Häufigkeit ist immer die relative Häufigkeit als Dezimalbruch wohlgemerkt mal die Anzahl der Ergebnisse das heißt ich rechne einfach nur die 150 waren ja 150 Würfe mal die relative Häufigkeit in Prozent und so komme ich auch auf 54 was natürlich viel kürzer ist als den Dreisatz hinzuschreiben und das sind schon mal so die Grundlagen der relativen Häufigkeit oder der absoluten Häufigkeit dass ich halt in der Lage bin entweder auszureden wenn man weiß wie oft das Ergebnis vorkam und das dann durch die Anzahl der insgesamt stattgefundenen Würfe dividiert dass ich auf die relative Häufigkeit komme oder man nimmt die relative Häufigkeit mal der Anzahl und weiß wie oft ist das eigentlich eingetreten also letztendlich hier hat man nichts anderes als die klassische Anwendung der altbekannten Prozentrechnung ja das ist ja eigentlich einfach danke Herr Peter danke danke so leicht ja und was ist jetzt das mit ich habe gehört da gibt es noch vier Feldertafeln was soll das sein ja dann mach mal Platz vier Feldertafel ist auch was einfaches eigentlich ich mach mal ein Beispiel also schauen wir uns mal die vier Feldertafel an mach mal Platz ok ja schauen wir uns mal die vier Feldertafel an ein Beispiel bei uns in der Nähe gibt es eine bekannte Disco die ist ein bisschen außerhalb ich denke die Sulzbach-Rosenberger wissen welche ich sie meine da kann man glücklich Rockmusik hören und nehmen wir mal an da ist jetzt um 10.30 Uhr sind da schon Personen drin und da könnten wir jetzt mit vier Feldertafeln da tolle Sachen machen also wir machen jetzt mal wir gehen mal in diese Disco rein deren Namen Glück übersetzt auf Deutsch glücklicher Rockmus heißt und da könnten wir jetzt mal eine sogenannte vier Feldertafel machen vier Feldertafel sagt schon der Name besteht eigentlich aus vier Feldern so und so ein Disco Beispiel das können wir jetzt hier mal ganz schön angeben also wir nehmen jetzt hier mal vier Felder gut manches brauchen wir jetzt nicht beschriften also manche Felder habe ich jetzt nur hier damit man das schöner beschriften kann breiter gemacht also unsere vier Felder um die es geht das sollen jetzt diese Felder hier sein also hier da in dem Bereich habe ich jetzt vier so wunderschöne Felder also es sind jetzt mehr Felder aber die entscheidenden Felder die sind jetzt hier in dem Bereich so klar wenn ich jetzt in eine Disco schaue dann stelle ich fest sind da natürlich Jungen drin Mädchen Männer und Frauen gut mittlerweile könnte man natürlich noch es gibt ja jetzt noch das dritte Geschlecht Divers und sonstiges wir machen jetzt mal hier nehmen wir an also es gibt jetzt hier männliche Wesen und weibliche Wesen in der Disco so und man weiß natürlich ein Problem ist da es gibt natürlich bei Discos immer den Fall über 18 und unter 18 und die unter 18 die müssen theoretisch immer um 12 Uhr raus wenn sie jetzt keine Begleitperson dabei haben also es gibt jetzt hier die Fälle Ü18 die bekommen auch die härteren Drinks und dann gibt es noch unter 18 wobei Ü18 natürlich auch die 18 Jährigen schon sind so und jetzt nehmen wir mal an das sind jetzt um 10 Uhr 30 aus irgendeinem Grund sind letztendlich paar Leute in der Disco nehmen wir an das sind jetzt 230 Personen schon in der Disco um 10 Uhr 30 so da war und die Gesamtzahl von allen ist immer hier unten rechts bei dieser vier Felder Tafel so jetzt nehmen wir an es sind 230 Personen in der Disco und wir wissen noch folgendes wir wissen es sind von diesen 230 Personen sind insgesamt 118 männlich das wissen wir und wir wissen jetzt noch es sind noch Frauen drin und von diesen Frauen weiblichen Wesen sind dann schon unter 18 Jährige drin nämlich 62 also mehr weiß wir jetzt erstmal nicht also wir wissen jetzt folgendes wir haben insgesamt 230 Personen in der Disco davon sind 118 männlich und es sind 82 unter 18 weibliche drin und jetzt muss man halt mal herausfinden was ist der ganze Rest und das nennt man halt 4 Felder Tafel weil es jetzt das das neue ist schreibe ich das halt mal bunt rein gut jetzt muss man halt überlegen gut wenn jetzt sollte natürlich klar sein wenn jetzt hier 118 männliche Gäste drin sind wie viele weibliche drin sind hier ist ja die Gesamtzahl 118 männliche sind drin dann sollte klar sein dann sind natürlich jetzt noch 112 weibliche Gäste drin so jetzt weiß ich schon so viel waren weiblich weil die Summe von denen muss die 230 sein jetzt kann ich natürlich hier arbeiten jetzt weiß ich ja hier das da sind jetzt die weiblichen also so viel Frauen Damen Kind Mädchen waren drin ja was mache ich jetzt ich weiß ja es sind 62 unter 18 also sind über 18 natürlich dann die Differenz 112 minus 62 von 2 auf 2 fehlt nichts von 6 auf 11 fehlt 5 also sind 50 Mädchen drin das ist doch ganz schön so und jetzt haben wir da schon einiges gelöst jetzt wird man natürlich feststellen damit man da noch ein bisschen mehr lösen kann brauchen wir halt noch eine Angabe zum Beispiel könnte man ja sagen über 18 das wissen wir über 18 sind noch drin ja nehmen wir an über 18 sind insgesamt noch drin 120 Personen also nehmen wir an 120 von denen sind jetzt noch über 18 drin das wissen wir noch sonst wird es ein bisschen schwer ja also können wir jetzt natürlich weitermachen jetzt wissen wir ja es sind insgesamt 120 Personen drin dann wenn jetzt hier natürlich 50 Damen unter 80 sind dann müssen natürlich noch von den Jungs insgesamt natürlich jetzt wie viele über 18 sein 70 weil 70 und 50 ja die 120 ergeben muss also wüssten wir jetzt 70 sind über 18 und da muss man sich also durchwurschteln so jetzt fehlen nur noch zwei Sachen naja wenn 120 über 18 sind 230 insgesamt drin sind dann müssen wir hier natürlich jetzt also das ist eigentlich immer so gesamt also das ist immer wie viel das insgesamt sind ja das sind das sind gesamten dann haben wir dann sollte klar sein jetzt natürlich wenn ich jetzt hier wieder überlege auf 130 sind 110 wenn man wenn man es jetzt richtig gemacht hat 62 wie viel brauche ich da 110 fehlen mir natürlich noch ein paar 8 haben wir 70 30 40 48 und zur Kontrolle 70 und 48 ist 118 und so habe ich es jetzt geschafft durch logisch überlegen alle Felder dieser vier Felder Tafel auszufüllen und jetzt weiß man halt dann anhand der Tafel dann okay in dem Disco jetzt waren insgesamt 70 Jungs über 18 50 Mädchen waren über 18 es waren 48 Jungs unter 18 und 72 Mädchen waren unter 18 weil die Jungs vermutlich noch ein wenig mehr Computer spielen und noch nicht so in die Disco gehen oder keine Ahnung was die treiben aber entscheidend waren trotzdem noch mehr über 18 schon drin als unter 18 und zwölfe war alles leer und es waren nur noch die über das hast du ja sehr schön erklärt Herr Peter danke danke das muss er doch jetzt kapiert haben oder Kollege ja das ist ja gar nicht schwer das ist ja wirklich ganz einfach aber jetzt mal eine Frage könnten wir da jetzt auch relative Häufigkeiten wieder machen dass man zum Beispiel nicht fragt wie hoch ist die relative Häufigkeit für den Fall dass da Mädchen unter 18 drin waren na das kann man auch machen also macht man Platz man könnte natürlich jetzt hier auch wieder angeben wie viel Prozent der Disco Besucher waren weiblich und unter 18 was müsste man machen um die relative Häufigkeit für diesen Fall anzugeben 62 weiblich unter 18 waren drin insgesamt waren 230 drin also 62 geteilt durch 230 hätten man dann 0,269 irgendwas sind gerundet 0,27 also 27 Prozent also könnte man hinschreiben 27 Prozent der Disco Besucher oder der Mädchen waren unter 18 Jahre waren Mädchen und der 18 und so Sachen kann man mit der Vierfelder Tafel eigentlich super lösen oh das ist ja super oh danke Herr Peter Herr Peter Sie sind der Beste ja der ist toll der Herr Peter Könnten Sie uns noch ein wenig mehr Übungsaufgaben machen das war gerade so schön oh ja machen Sie doch noch ein paar Übungsaufgaben das wäre super vielleicht aus einem Arbeitsheft das wäre toll ja wollen wir noch ein paar Übungsaufgaben auf dem Arbeitsheft oh ja 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 bitte bitte na gut dann nehmen wir das aus dem Vollverlag da sind ja so vier Felder da für Übungen drin schauen wir uns noch die Übungen im Arbeitsheft vom Vollverlag ja also man sieht aus dem Schüler Arbeitsheft vom Vollverlag deswegen hier natürlich wieder der Hinweis Dauerwerbesendung haben wir nichts gezahlt der Vollverlag aber das Arbeitsheft haben wir halt gerade im Unterricht wie man halt jetzt hier sowas löst kommt eine Faschings Party Krapfen Aufgabe ja können wir mal schauen also da geht es jetzt darum dass man eine Oma Faschings Party Krapfen packt und 30 davon haben einen Überzug aus Zuckerguss also stellt man fest mit Zuckerguss haben es 30 Stück einen Überzug wir wissen noch 40 haben eine Vanillepudding drin gut bei uns ist eher so der Fall Hiefenmark drin manchmal wenn es Faschings Krapfen sind manche machen sich Spaß und machen welche mit Hiefen Mark und bei ein paar ist statt Hiefen Mark Senf drin das ist dann der Glücks Faschings Krapfen ja 20 Krapfen haben beides nämlich sowohl Zuckerguss und auch Vanille Füllung also hätten wir jetzt hier die vier Felder Tafel so ausfüllen können 20 haben beides 30 haben Zuckerguss 40 haben das und 60 haben keine Zucker Füllung und die Frage ist jetzt man soll rausfinden wie viele Krapfen keinen Zucker Überkuss haben und auch keine Vanille Pudding Füllung haben also letztendlich die die dann hier zu finden wären also die die nichts haben ja gut vier Felder Tafel soll klar sein letztendlich muss die Summe der Spalten immer die Zahl ergeben die drunter steht und die Zeilensumme muss immer die Zahl rechts ergeben also 20 auf 30 fehlen mir 10 von 20 auf 40 fehlen 20 gut jetzt hier kann man natürlich weitermachen von 30 stelle ich fest damit wenn ich hier auf die 60 komme fehlen mir natürlich 30 und von 40 auf die 60 fehlen mir 20 und dann habe ich schon die gesuchte Zahl die ich jetzt rausfinden muss ist hier die 10 also können wir hinschreiben 10 Krapfen schmecken da heißt es ja die schmecken dann wohl ziemlich langweilig also können wir hinschreiben 10 Krapfen schmecken wohl ziemlich langweilig ja das wäre übrigens auch was für so Grundwissentest kein großen Taschenrechner einfache Zahlen kann man super machen so als nächstes sollen wir vier Felder zusammen fassen und wenn man fertig ist die Ergebnisse noch ein bisschen in Worte fassen auch das natürlich sehr schöne Aufgabe wir stellen fest in einer Schule arbeiten 65 Männer und 30 Frauen also könnte man so ähnlich machen wie bei der Disco wir machen hier sagen mal das sind die männlichen Arbeiter dann hat wir Frauen sind weiblich das heißt sind jünger als 50 Jahre oder 50 oder älter also könnte man hier schreiben jünger als 50 und da schreiben hin 50 oder älter oder man schreibt halt hin ü 50 und u 50 oder irgendwas ich meine dann soll klar sein ab 50 darf man es dann es gibt irgendwann auch mal wenn er hingeht wie 30 party wo unter 40 keiner neid darf normalerweise damit auch mal die älteren leute mal wieder coole abgehen können und nicht die jungen sich dann denken oh Gott doch Gott was macht denn meine Mama da mein Papa da jetzt tanzt er auf der box und jetzt spinnt er total oder so ich meine auch eure Eltern haben bestimmt wie sie mal jünger waren fleißig in der Disco getanzt manche machen es auch jetzt noch wenn es passt gut also wir stellen fest es arbeiten jetzt 65 Männer also müssten sind jünger als 50 das wäre jetzt hier und man weiß noch 27 Männer sind genau 50 oder älter also haben wir jetzt hier die 27 Männer und jetzt können wir die vier Felder Tafel vervollständigen nämlich wie ich hier die Summe sind schon mal 95 von 10 fehlen mir 20 auf die 30 27 und 20 sind bekanntlich 47 so dann hier da haben wir noch eine Lücke die man ohne Probleme ausfüllen kann wir rechnen 65 minus 27 das heißt von 7 auf die 5 fehlen bekanntlich 8 1 gemerkt von 3 auf 6 fehlen 3 wenn wir nicht verrechnet habe jetzt auf die schnelle genau ja und damit können wir hier natürlich 38 und 10 rechnen und das wären dann 48 und damit hätten wir für diesen Fall die 4 Felder Tafel das heißt man könnte jetzt hier in Worte fassen dann zum Beispiel dass wir jetzt wissen 10 Angestellte sind weiblich und jünger als 50 dann 20 Angestellte die da arbeiten sind weiblich und älter als 50 wir wissen es sind 38 Männer jünger als 50 und es sind 27 Männer älter als 50 gut als nächstes kommt eine Baby Aufgabe aus dem Krankenhaus dann stellt man fest es gibt Babys mit Haare und Augen Farbe also machen wir da mal Haarfarbe und da haben wir die Augen Farbe Haarfarbe Augen Augen Farbe und dann gibt es tolle Haarfarben braun und was gibt es noch nix und dann gibt es noch als Augen Farbe braun anders und als Augen Farbe gibt es grün und andere also das wäre jetzt hier grün oder nicht grün oder braun nicht braun also das sind ja Kreativität keine Grenzen gesetzt und jetzt weiß man gut es sind insgesamt 24 Babys auf dieser Säuglings Station also müssen wir hier schon mal die Gesamtanzahl hinschreiben was wissen wir 10 Babys haben braune Haare und 7 grüne Augen und dann haben jetzt noch 5 Babys haben grüne Augen und zugleich braune Haare das heißt hier werden diese 5 Babys grün und zugleich braun dann haben wir noch 10 Babys mit braunen Haaren aber nicht grünen Augen das wären also hier die 10 und wir wissen noch dass Fehler 10 Babys haben braune Haare aber nicht grün und anders doch passt und dann hat man noch den Fall dass 7 Babys grüne Augen haben aber andere Haarfarben wäre jetzt hier die 7 und jetzt soll man halt auch hier die 4 Felder Tafel natürlich vervollständigen 5 jetzt habe ich gleich irgendwo einen Fehler 10 7 und 5 ah da ist der Fehler wir wissen ja insgesamt dann dass 7 Babys haben wir jetzt grüne Augen also die Augenfarbe grün da muss das 7 hin so das ist die Ausgangssituation ja wie schaut es jetzt dann aus soll klar sein naja gut wenn jetzt 5 Babys schon mal grüne Augen haben und 7 Babys grüne Augen insgesamt haben also 7 Babys grüne Augen haben und 5 haben beides dann müssen natürlich gibt es noch 2 Babys die zwar grüne Augen haben aber nicht braune Haarfarbe haben so dann hier können wir natürlich eine Lücke ergänzen 24 minus 7 ist bekanntlich 17 gut jetzt können wir da natürlich weitermachen haben wir hier die 10 dann dementsprechend auch hier habe ich falsch hingeschrieben da heißt ja 10 Babys haben braune da war ja was los aber es ist ewig heiß gerade bei mir im Dach ich dreh gerade unter dem Dach das schön warm jetzt 10 also komme ich drauf gut dann haben noch 5 braune irgendwas und dann fehlen mir hier natürlich noch welche also 12 also letztendlich feststellen 12 von diesen Babys haben weder grüne Haare noch braune weder braune Augen ne 10 von diesen Babys haben weder braune 12 noch grüne Haare jetzt habe ich mich total verhappelt ja da müssen sich konzentrieren aber das ist ja einfach ja genau jetzt können wir mal fragen hey wie viel Prozent der Babys haben denn jetzt eigentlich sind grüne Augen und braune Haare weißt du jetzt wie das geht wenn wir rausfinden soll wie viel Prozent der Babys braune Augen und grüne Haare haben das ist einfach das wäre dann die relative Häufigkeit es haben wir 5 5 5 Babys haben wir beides und es sind 24 Babys dann müsste man 5 24 aufsetzen dann wissen wir wie viel Prozent der Babys sowohl grüne Augen und sogleich braune Haare haben hey super gut durchstehen also falls so was natürlich wäre könnten wir koppeln also könnten wir schreiben 5 von 24 hätten jetzt beides gut auch das kann ich natürlich dann als Prozent schreiben was mache ich schnappe mir meinen Taschenrechner hoch gebe ein wieder natürlich der Hinweis wir geben ein 5 durch 24 gut spuck dann mal 5 24 aus sind 0,208 werden gerundet 0,21 und dann hätten wir das circa 21 Prozent der Babys in diesem Krankenhaus auf der Säuglingsstation grüne Augen und braune Haare haben also das ist ja Wahnsinn oder das ist super super gibt es noch ein wenig Aufgaben dazu ja gern also da gibt es noch auf der Seite 112 gibt es noch ein paar schöne Aufgaben können wir uns auch mal anschauen wenn ich sie finde jetzt ich hatte sie eigentlich gerade da gehabt die Aufgaben aber wie das der Zufall so will jetzt ist meine Angabe weg das ist ja blöd suchen sie mal die Angabe ja ich weiß auch nicht ich hab es eigentlich gerade schon zurecht gelegt gehabt aber wie es der Zufall so will ist das jetzt plötzlich weg ja aber ich will jetzt wissen wie das geht ja weiß jetzt auch nicht ich hab doch gerade my Angabe gehabt machen aber wenn ich Pause mache und Pech hab geht es aus mein Video ist mein Letztin passiert ja Herr Peter das müssen Sie doch jetzt finden ja ich hab es ja auch gerade gehabt ich hatte es gerade gesucht also wer will kann dann weiter klicken deswegen habe ich ein Kapitel Menü also der Herr Peter sucht jetzt gerade einen packen kopierte Aufgaben durch das ist ein wenig zur Zeit Ding ah das schaut gut aus das schaut super aus da ist es oh eine Spielekonsole was könnte das sein das ist bestimmt der Nintendo der alte also die Auswertung einer Spielekonsole gab von 520 Jugendlichen besitzen 200 eine Spielekonsole 55 haben einen Fernseher im Kinderzimmer 300 Jugendlichen gab an sie hätten weder noch also müssen wir eine Vierfelder Tafel erstellen indem wir hier erst mal vier Felder machen so und jetzt gibt es halt den Fall Spielekonsole ja nein und dann gibt es noch den Fall TV ja nein wäre der Möglichkeit also schreiben wir hier schon mal hin Konsole und da schreibe ich halt mal hin TV entweder ja oder nein und da können wir hinschreiben ja nein ja also da ist jetzt die vier Felder Tafel noch nicht da also könnte man die sich ja mal da schnell so skizzieren also und jetzt wollen wir halt mal raus finden da wie das jetzt da ausschaut bei dieser großen Umfrage also wir wissen die Gesamtzahl der Jugendlichen die steht da sind 520 Jugendliche können wir hier hinschreiben so jetzt heißt 200 besitzen eine Spielekonsole so 300 Jugendliche gaben an sie hätten weder eine Spielekonsole noch einen Fernseher also haben wir hier schon mal die Anzahl 300 die haben weder das noch das 55 der Befragten haben einen TV im Zimmer okay also können wir das hier machen also 55% der Befragten haben einen TV ob sie Spielekonsole haben wissen wir noch nicht genau und wir wissen zudem noch dass von den 200 Jugendlichen besitzen 200 eine Spielekonsole und das wäre jetzt hier der Ausgang für unsere drei Felder Tafel und dann können wir natürlich die Lücken ergänzen dann sollte klar sein hier fehlen mir natürlich jetzt 320 das heißt an TV keine Konsole wären in dem Fall jetzt hier die Summe 20 so damit ich auf 55 mit dem TV komme müssen hier 35 stehen also 35 haben beides sowohl eine Spielekonsole als auch ein Fernseher dann habe ich hier jetzt die 55 und die 520 dann haben 465 keinen TV und dann fehlen mir hier jetzt noch 165 und damit hätte man die vier Felder Tafel ausgefüllt das heißt man könnte jetzt zum Beispiel sagen dass von diesen Kindern in Fernse letztendlich es gibt jetzt insgesamt 165 die zwar eine Spielekonsole haben aber keinen Fernseher das ist natürlich sinnvoll also wenn man dementsprechend eine Spielekonsole hat und keinen Fernseher denke ich macht das Spielen richtig viel Spaß also spielen auf eine Spielekonsole ohne Fernseher macht in meinen Augen richtig viel Spaß also andersrum würde es denke ich mehr Sinn machen also irgendwie also da jetzt haben kein TV 165 genau also irgendwie das ist nicht so durchdacht glaube ich also wenn dann habe ich doch eher einen Fernseher und keine Spielekonsole weil ohne Spielekonsole gescheite ja gut die haben vielleicht ein PC oder Xbox oder was immer die haben so jetzt wird es lustig in einer achten Klasse besitzen 28 Schülerinnen bis auf zwei Jungen ein Smartphone in der Klasse sind genau so viele Buben wie Mädchen also könnten wir hier auch eine Vierfelder Tafel aufstellen machen wir da schön vier Felder so das sind an der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt man braucht halt wirklich dann vier so Felder dann kann man schnell mal eine machen so auch hier muss ich mir natürlich überlegen Handy oder Smartphone ja nein und dann gibt es natürlich wieder männlich weiblich oder J und M oder Jungs Mädchen so wir wissen es sind 28 Schüler sind drin so also insgesamt sind 28 Schüler drin und letztendlich in einer Klasse besitzen alle 28 Schülerinnen bis auf zwei Jungen ein Smartphone so also Smartphone wenn jetzt 28 Schüler bis auf zwei Jungen ein Smartphone besitzen dann dann stellt man natürlich fest es haben 26 Schüler ein Smartphone so und man weiß jetzt zudem noch es sind genau viele Jungen und Mädchen in der Klasse also wir wissen es sind 14 Jungen und 14 Mädchen in der Klasse und jetzt können wir uns natürlich da auch irgendwie durchwurschteln wenn wir sprechen dass man Smartphone hat und wir wissen jetzt zwei Jungen haben kein Smartphone also können wir da noch die zwei reinschreiben und auch hier kann man natürlich jetzt die vier Felder Tafel ergänzen letztendlich haben dann natürlich zwei Jungs haben ein Smartphone dann letztendlich 14 Mädchen haben ein Smartphone kein es gibt kein Mädchen das kein Smartphone hat und man hat hier nochmal zwei die kein haben also auch das wäre einfache Vierfelder Tafel ja ach Peter das ist eigentlich so leicht mit den Vierfelder Tafeln machen sie mal was ist das Baum Diagramm boah Baum Diagramm mhm und jetzt soll man eine Vierfelder Tafel und die Randhäufigkeiten Häufigkeiten rechts und unterhalb der Vier Hauptfelder ergänzen das ist ja hier das ist ja interessant also machen wir mal ein interessantes Baum Diagramm 80 mal zweimal hintereinander gewürfelt und dann gibt es die Häufigkeiten festgehalten zum Beispiel dass er als erstes eine sechs gewürfelt hat und beim zweiten Mal hat er keine sechs gewürfelt also darum ging es also machen wir als erstes die Vierfelder Tafel so also das Ergebnis war ja dann letztendlich es gibt entweder die sechs und es gibt keine sechs und dann im ersten Wurf kann auch der Fall eingeben dass es die sechs gibt und dann keine sechs so was stellt man fest der Finn er hat 80 Mal gewürfelt so und jetzt gab es halt von den Häufigkeiten den Fall ich sage halt das ist der erste Wurf und das ist der zweite Wurf also jetzt haben wir den Fall zweimal den Sechser gehabt wäre jetzt hier so dann haben wir den Fall sechs keine sechs können wir hier die zwölf reinschreiben so dann haben wir den Fall keine sechs sechs können wir hier die zehn reinschreiben und dann haben wir noch den Fall keine sechs keine sechs sechs und fünf können wir da 56 reinschreiben also Wahnsinns Aufgaben damit sind wir auch finden hier ist es 14 hier ist es 66 hier ist es 12 und hier ist 68 und die Summe ist jeweils dann die 18 so jetzt sollen wir die Randhäufigkeiten ergänzen und dann jetzt sollen wir die vier Felder dafür mit den relativen Häufigkeiten anfängeln und diese Prozent angeben und mit welcher Häufigkeit traut das Ergebnis ich habe überhaupt keine sechs gewürfelt ein also was müssten wir jetzt machen man schreibt das jetzt da alles hin das gleiche nochmal das ist ja wirklich toll so jetzt sollen wir es mal mit Prozent machen also jetzt nicht die absoluten Häufigkeiten für diesen Fall sondern die relativen Häufigkeiten in Prozent also wir schreiben das nochmal hin sechs keine sechs keine sechs und dann schnappt man sich den taschenrechner ich meine es waren ja insgesamt 80 Würfe und 2 von 80 war der sechser also schon haben wir das Taschenrechner 2 geteilt durch 80 sind ein Vierzigstel und statt ein Vierzigstel können wir schreiben 0,025 also sind es 2,5 Prozent ja da habe ich jetzt ein bisschen geschlafen also da muss natürlich noch was drunter so ich meine das Ganze sind die 100 Prozent schon mal soll klar sein und jetzt kann ich da eigentlich alles mit Prozent angeben was muss ich machen ich dividiere einfach immer diese Werte durch 80 wandel es in einen Dezimalbruch um und habe ich also wir rechnen könnt ihr ja mal mitschauen und hier natürlich wird jetzt wieder Werbung Taschenrechner Werbung und ich mache die ganze Zeit Werbung für den Stift da also machen wir 10 durch 80 sind ein Achtel oder 0,125 oder 12,5 Prozent also hier haben wir 12,5 Prozent so dann haben wir 12 durch 80 sind 0,15 also 15 Prozent da haben wir 56 durch 80 7 Zehntel sind 0,7 sind 70 Prozent jetzt zur Kontrolle ob das natürlich alles so stimmt könnte man jetzt auf 14 geteilt durch 80 rechnen lande ich bei 17,5 Prozent das ist auch die Summe von denen wenn wir hier die Summe bilden haben wir 82 5 Prozent das und das ergibt 100 passt 12,5 und 2,5 sind 15 Prozent 17 und 70 und 15 sind 85 Prozent das ergibt auch die Häufigkeit und das Ereignis dass ich überhaupt keine 6 gewürfelt habe wäre 56 von 80 das ist ein Ereignis von 70 Prozent so und jetzt nehmen wir an wenn wir an würde Finn jetzt noch ein weiteres mal würfeln auf welches Ergebnis sollte er wetten naja gut selbst wenn er jetzt noch ein drittes mal würfelt dann wird man feststellen am besten auf gar keine 6 weil dieses Ergebnis am wahrscheinlichsten ist keine 6 weil das Ergebnis am wahrscheinlichsten ist weil wir da schon mit 70 Prozent dass er da jetzt kein 6 hat aber dafür braucht er nicht einmal dreimal zu würfeln der Finn selbst wenn er einmal würfelt und er hat jetzt die Wahl 6 oder keine 6 dass er gewinnt wäre es vielleicht sinnvoll drauf zu setzen dass er keine 6 würfelt weil es sind ja 5 von 6 Möglichkeiten also 5 6 ist ja keine 6 also da hätten wir 5 6 wenn ich jetzt mal 5 geteilt durch 6 rechne also mit 83 Prozent eigentlich käme raus dass er keine 6 würfelt da sind wir jetzt nicht ganz dabei also eigentlich genau genommen weil er 5 von 6 5 von 6 würfeln würden ja keine 6 reichen eigentlich hätten wir Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent dass er keine 6 würfelt also da hatten wir jetzt auch eine Abweichung natürlich noch von dem was eigentlich raus käme und das ist eigentlich egal ob der einmal zweimal oder dreier würfelt da dieses Ergebnis am wahrscheinlichsten ist ja das war's also das war jetzt noch ein Aufgang zu vier Felder Tafeln und absoluten relativen Häufigkeiten und das ist super danke Herr Peter dass ich das nochmal so schön erklärt ist jetzt ein langes Video geworden 47 Minuten und Herr Peter ist der Beste das haben sie so schön erklärt vielen vielen Dank hey Leute Herr Peter ich hab gerade was mitbekommen Mensch was macht ihr noch da hallo Mensch Jungs ihr seid nur noch da was soll denn das ihr müsst jetzt raus es ist jetzt Altstadt Fest Wochenende alle raus mit euch Altstadt Fest ja aber nix war zwei Jahr keins da gehen wir jetzt mal hin aufs Altstadt Fest alle raus beginnt am 26 am 24 6 geht's los das ganze Wochenende und danach ist Mathe Abschluss Prüfung ja endlich wird Altstadt Fest sind die weg und was war denn das da überhaupt was war das hab ich nie gelernt kann ich nicht das war noch der alte das ist der neue Lehrplan oder ich hab den alten noch da war das gar nicht dabei also tschüss viel Spaß am Altstadt Fest falls ihr hingeht tschüss